jo moine leute herzlich willkommen zur formel 2 die formel 2 saison 2023 geht wieder los und das sind die bonus predictions los geht's wer gewinnt die konstruktorswertung? ART Grand Prix und wer gewinnt die fahrerwertung? wer wird formel 2 champions heute und 23? es ist Arthur Leclerc herzlichen glückwunsch so das war's mit den bonus predictions der formel 2 saison 20, 22, 23, so wenn euch das video gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergisst kein abo dann nimmst das glöckchen das nicht vergessen zu aktivieren doch was dir keine benachrichtigung auf diesen channel bis danach good ways ciao so 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 so